Willkommen zu meinem neuen Video. Heute nochmal etwas zu aktuellen Entwicklungen in unserem Leben, allerdings wieder aus dem großen Ganzen. Ja, auch ich habe jetzt dieser Tage hier die Abrechnung bekommen, besser gesagt, die Jahresabrechnung für Strom und Gas. Und ich bin wirklich, 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 wirklich von den Socken. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie Menschen, die Kinder haben, die eine Familie haben, eine, ja, eine vierköpfige Familie zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wie sie jetzt in dieser Zeit diese Rechnungen bezahlen möchten. So, und ihr wisst, wenn so eine Abrechnung kommt und es wesentlich mehr ist als vorher, also es sind Preise, die sind nicht nur verdoppelt, sondern vervierfacht. Also der Preis der Jahresabrechnung ist vervierfacht. Und ich weiß Leute, ich kenne Leute, bei denen ist es auch verfünffacht. Da fange ich natürlich an zu recherchieren. Und da ist mir etwas unglaublich Interessantes aufgefallen. Erstens mal ist mir aufgefallen, dass nicht nur die Gaspreise und auch die Ölpreise durch die Decke gehen, sondern vor allen Dingen der Strom. Was wesentlich teurer geworden ist, verdoppelt, teilweise verdreifacht und in den Niederlanden sogar verfünffacht sind die Strompreise. Ja, in den Niederlanden deswegen verfünffacht, weil im letzten Jahr der Strom in den Niederlanden noch 20 Cent pro Kilowattstunde gekostet hat. Und jetzt kostet der Strom in den Niederlanden teilweise bis zu 80 Cent ein Euro pro Kilowattstunde. In Deutschland liegen die Preise so, wenn ich das gesehen habe, so durchschnittlich, ne, ist ja immer ein kleines bisschen Unterschied, so um die 50 Cent pro Kilowattstunde. Manche haben 40, manche haben 60, also so um die 50 Cent. Wie kann das sein, dass es eine Krise gibt in einem Land, wo Gas herkommt? Ja, ich weiß, einige werden sagen, Strom kommt ja nicht aus der Steckdose, was einige Politiker in Deutschland vor allen Dingen, aber auch in den Niederlanden vielleicht immer noch glauben, dass es einfach so aus der Steckdose kommt. Und der Schöpfer uns das schickt. Ja, es gibt nichts, was der Schöpfer uns gibt, aber dass es alles super einfach ist. Nein, um Strom herzustellen, brauche ich natürlich auch fossile Energien. Es geht nicht ohne fossile Energien. Aber was dann so interessant ist, ist, dass der Strompreis sich verdoppelt, verdreifacht und teilweise sogar verfünffacht hat. Obwohl wir ja zur Zeit, so wird uns erzählt, innerhalb der Energiewende wesentlich mehr Sonnenenergie, Windenergie und auch teilweise Wasserenergie, Strom vorbereiten, aufbereiten, ja, aufbereiten, was ja dann noch umgesetzt werden muss. Das hier, und das ist meine ganz persönliche Meinung, ist das allergrößte, ja, die allergrößte unwahre, ich nenne es mal ganz vorsichtig, unwahre Geschichte, die man den Bürgern hier auftischt. 3.500 Kilowatt verbraucht eine Familie pro Jahr mit einem Kind. Das waren also im letzten Jahr 700 Euro alleine für Strom. Nicht fürs Heizen, sondern für Strom, na, für den Trockner, für die Spülmaschine, für die ganzen Computer, Laptops, für die Handys und so weiter, für den Lockenwickler oder den Stylingstab, den die Tochter benutzt. Für all das hat also eine Familie mit einem Kind im vergangenen Jahr, also man rechnet mit ungefähr 1.500 Kilowatt pro Person, aber wenn es dann 4 sind, wird es dann nicht 1.500, ne, sondern dann wird es 3.500 oder 4.000, also etwas weniger als eine Person benutzt, weil ob jetzt eine Person Fernsehen guckt oder 4, das ist nicht so ein großer Unterschied, also das relativiert sich dann. Da hat also eine dreiköpfige Familie im vergangenen Jahr 700 Euro für Strom ausgegeben und jetzt sind es teilweise 3.500 Euro. Das heißt also von ungefähr 50 Euro im Monat hoch auf 300 Euro im Monat, nur für den Strom, ne, da kommt nochmal der Gaspreis, das ist Gas, kommt auch nochmal dazu. Das bedeutet also für eine Familie um die 700 Euro, vielleicht sogar bei manchen 1.000 Euro nur fürs Heizen und nur für Strom im Monat. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Das ist die wichtigste Frage. Dass das hier eine Geschichte ist, die überhaupt keinen Sinn macht, auch gar keinen Sinn mit der Geschichte in dem kleinen Land und das ist meine ganz persönliche Meinung, das steht für mich persönlich fest, macht keinen Sinn, kann auch für mich nicht sein, dass der Strompreis sich innerhalb eines Jahres um das Fünffache teilweise verteuert hat. Also das ist für mich absolut unlogisch, aber auch wenn es so ist, was ändere ich an dieser Situation? Nun, an diesen Preisen kann ich als Bürger erstmal gar nichts ändern. Ich kann es so hinnehmen, ich kann mich wundern, vor allen Dingen in Zeiten, wo uns ja auch gesagt wird, dass wir mehr Strom, ja, dass wir also mehr Strom nutzen sollen und weniger Benzin und Diesel, dass wir uns andere Fahrzeuge anschaffen sollen, was natürlich auch wieder eine richtig große Verdienstgeschichte dann ist. Ich muss ja die Autos auch irgendwo aufladen, dafür muss ich ja bezahlen. Bis jetzt war das alles günstig, ich bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt, wenn es kein Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr gibt, sie nicht mehr erlaubt sind. Was kann ich tun? Das ist die wichtigste Frage hier, die ich mir stelle. Nun, okay, ich kann anfangen zu sparen, ja, auch für mich persönlich heißt das. Klar, ich habe noch einen Trockner, ich habe zwei Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Also, Trockner wird nicht mehr angemacht, Spülmaschine wird nicht mehr angemacht, trotzdem. Ich brauche ja heißes Wasser. Ich muss ja irgendwo duschen und ich muss ja irgendwo auch trotzdem das Geschirr abspülen. Sparsamer mit Geschirr. Ich habe gesehen, in den USA, was passiert, wenn die Menschen sparsamer mit Geschirr werden. Sie gehen in die Dollar-Stores und kaufen da Plastikgeschirr, ja, Plastik. In den USA, in ganz vielen Familien übrigens normal, ne, Pappteller, Pappplastik, Plastikgeschirr, habe ich hier auch schon öfter darüber erzählt, wo ich mich total darüber wundere. Aber gut, für einige, einige Menschen gehen davon aus und sagen, das ist preiswerter als Abspülen, als Wasser und als Strom verbrauchen. Ich kann also anfangen, bei mir selber zu gucken, wo kann ich noch wirklich etwas einsparen. Und das Lüften, wo ihr immer so, ja, wer hat das nochmal in die Welt gesetzt, ist dieses Märchen des Lüftens. Klar, Lüften ist nach wie vor, vor allen Dingen in Deutschland, ein Thema. Für mich ist Lüften, seit ich geboren bin, ein Thema. Aber erstmal alles abdrehen, ne, und dann eine gute Stunde lüften und dann alles wieder an. Ich habe amerikanische Freunde, die haben, als sie das das erste Mal gesehen haben, vor 20 Jahren, zu mir gesagt, ihr seid verrückt. Euch wird hier erzählt, dass ihr die kostbare Energie, ihr habt das Haus gerade warm gekriegt, dass ihr die rausschmeißt. Nein, ist nicht so, Lüften bringt was. Und in den USA, die Fans, ja, die Deckenfans, die alle haben, haben ja nicht nur den Grund, im Sommer zu kühlen, sondern tatsächlich auch als Luftzirkulatoren, damit dann, wenn die Luft zirkuliert, sie auch schneller warm wird. Was tun? Gucken, wo kann ich einsparen? Und tatsächlich, und das tun auch viele Menschen um mich herum, die ich gerade kenne, vor allen Dingen jüngere Menschen, sie überdenken ihr Leben. Sie überlegen, macht das überhaupt Sinn? Es gibt Gegenden, ja, es gibt Gegenden hier auf dieser Erde, da merkt man von dieser Strompreiserhöhung so gut wie gar nichts. Vielleicht, vielleicht muss ich wirklich jetzt mein Leben überdenken. Bin ich bereit, ja, bin ich bereit zu arbeiten? Und wir sehen ja auch große Steuererhöhungen überall für noch mehr Steuern, für noch mehr feste Kosten. Die meisten Menschen in den Niederlanden, in Deutschland, in der EU, in Frankreich, in Italien und Spanien sowieso, ja, da ist das Leben auch sehr, sehr teuer, arbeiten eigentlich nur, um zu überleben. Das, was hier gerade abläuft, das, was sich hier gerade abspielt, ist unglaublich. Ja, und es ist unglaublich. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin keine Hellseherin. Ich hoffe, dass es alles gut ausgeht. Ihr wisst, ich bin davon überzeugt, dass jede Veränderung hat auch immer einen Sinn. Und vielleicht ist das auch wirklich ein Zeichen, ja. Für mich war auch alles so vollkommen normal. Ich zahle die Stromrechnung, ich zahle die Gasrechnung, ich zahle meine Rechnung, alles funktioniert. Jetzt, wo das sich verdrei- und teilweise vervierfacht hat, fangen wir an zu überlegen. Ist das wirklich das Leben, welches ich so führen möchte? Es sind Grundsatzgedanken, die jetzt plötzlich auftauchen. Und ich denke, es ist nicht schlecht. Und einige werden sagen, ja, aber ich habe keine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Es gibt immer eine Alternative. Und es ist auch wirklich so offensichtlich, solange es nicht richtig, richtig wehtut, solange bringen wir unseren Popo nicht hoch. Und das ist auch etwas, wo wir darüber vielleicht dann mal nachdenken sollten. Und deswegen wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und danke auch, dass ihr diesen Kanal abonniert habt.